Kindergärten nur noch für Notbetreuung geöffnet, Schülerinnen und Schüler haben unterrichtsfrei, Lebensmittel wie Nudeln und Mehl sind ausverkauft und sogar das Toilettenpapierregal ist leer. Corona hält uns auf Trab und damit Hallo zu GIGU2GO. In dieser Sendung fasse ich für euch aktuelle Infos des Landratsamtes und der Stadtverwaltung kurz zusammen und ich spreche mit einer Apothekerin aus Ginsheim. Vorher möchte ich aber auf das Thema Nudeln und Klopapier eingehen. Das hier ist ein Posting, das Christian vom Rewe-Markt gerade geteilt hat, darin geht der Rewe-CEO Falschmeldung entgegen. Es heißt, bei Rewe und Penny ist die Warenversorgung gesichert. Also, ihr müsst nicht so viel Klopapier, Nudeln oder sonst was horten. Meine Bitte an euch wäre, kauft nur so viel ein, wie ihr wirklich braucht, damit auch noch etwas da ist für die Menschen, die vielleicht in regelmäßigen Abständen weniger einkaufen. Um vielleicht mal die Perspektive zu ändern, ich habe mit dem einen oder anderen Mitarbeiter von einem Supermarkt gesprochen und die sagen, ey, es ist jetzt echt gerade eine harte Zeit für uns und uns fängt der Job gerade an, wirklich deutlich weniger Spaß zu machen. Deswegen achtet ein bisschen auch auf diese Menschen, die uns auch in dieser Krise mit Lebensmitteln versorgen müssen. Und wir gehen ja nicht nur Lebensmittel einkaufen, wir gehen auch ab und zu in eine Apotheke. Und um euch diese Perspektive auch ein bisschen näher zu bringen, habe ich mit Anke Pfleger von der Mein-Spitz-Apotheke gesprochen. Schilder mal hier draußen stehen. Also wir bitten die Patienten, die Fieber haben, draußen zu bleiben und vielleicht einen Nachbarn oder jemand Gesundes aus der Familie herzuschicken, die Medikamente abzuholen. Er hat die Möglichkeit, aber auch die Notglocke zu drücken, dass jemand zu uns, also rauskommt zu ihm. Sollen sich nur zwei Personen in der Offizien aufhalten und Abstand halten, ganz wichtig. Und dazu gehört dann auch diese Schranken, Sichtschutz und eine Klappe, eine Notdienstklappe mit Gegensprechanlage. Wir haben die Möglichkeit, durch eine Gegensprechanlage zu reden, sodass wir nicht mehr durch die Klappe hindurch angehustet werden können oder wir auch den Patienten anhusten. Der Patient legt sein Rezept rein, wir klappen die Klappe um, können es rausnehmen, können auch umgekehrt wieder das Geld und die Medikamente reinigen, sodass wir den Patienten nicht berühren und auch nicht unbedingt Kontakt haben, dass eine Tröpfcheninfektion stattfinden kann. Was können wir als Kunden tun, um euch zu unterstützen? Die Situation ernst nehmen, das nicht ins Lächerliche ziehen. Wir machen das nicht auch Spaß, diese Vorsichtsmaßnahmen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir angesteckt werden, sondern dass wirklich chronisch kranke Patienten, die Diabetes haben, die Bluthochdruck haben, die vielleicht eine kranke Niere haben, die vielleicht gerade eine Transplantation bekommen haben, deren Immunsystem sehr geschwächt ist, wie es gibt so viele Multiple Sklerose oder andere Erkrankungen, Menschen, die an der Dialyse sind. Das ist für die lebensbedrohend. Und wir alle sind potenzielle Menschen, die andere anstecken können. Also wir schützen unsere Schwächeren in der Gesellschaft. Vielen Dank an Anke Pfleger. Jetzt zum aktuellen Stand. Heute Morgen ist eine Allgemeinverfügung des Landrats in Kraft getreten. Es geht darum, Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken. Hier die wichtigsten Punkte. Die Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 erwartenden Teilnehmenden insgesamt im Gebiet des Kreises Groß-Gerau wird untersagt. Hiervon ist auszugehen, wenn nicht jedem Teilnehmenden zeitgleich mindestens vier Quadratmeter zur Verfügung stehen. Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren, sowie der Besuch eines gewöhnlichen Leichenbegräbnisses. Es wird empfohlen, auf Gastronomiebesuche zu verzichten und soziale Kontakte zu meiden. Gastronomen wird empfohlen, die Anzahl der Personen in ihren Räumlichkeiten so zu begrenzen, dass diese untereinander einen Mindestabstand von jeweils zwei Metern einhalten können und eine Gesamtzahl von 50 Personen nicht überschritten wird. Um den Publikumsverkehr in den Bürgerbüros und Rathäusern zu reduzieren, handelt unsere Stadtverwaltung wie folgt. Ab sofort können die Bürgerbüros nur noch Dienstleistungen anbieten, die unaufschiebbar sind. Für den Publikumsverkehr ist ausschließlich das Bürgerbüro in Gustavsburg geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich zuvor telefonisch oder per Mail zu informieren, ob die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Dienstleistungen gegeben sind und gegebenenfalls einen Termin zu vereinbaren. In den Rathäusern sind an den Eingangstüren jeweils Hinweise mit den Durchwahlnummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angebracht. Mit ihnen kann bei dringenden Angelegenheiten telefonischer Kontakt aufgenommen werden. Soweit die aktuellen Infos. Dann habe ich noch ganz viele Mails von euch bekommen mit der Bitte, Veranstaltungen für euch in unseren Medien abzusagen. Das mache ich jetzt einfach mal pauschal. Ihr wisst ja, wie es aussieht. Derzeit finden keine Veranstaltungen statt. Haltet euch selbst auf dem Laufenden. Ich habe euch drei Links oben in die Videobeschreibung gepackt. Einen zum Sozialministerium. Unter einem Link findet ihr die aktuellen Pressemeldungen des Landratsamtes Groß-Gerau. Und einen Link zur Stadtverwaltung Ginsheim-Gustavsburg. Klickt euch da vielleicht wirklich täglich rein, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Das war es für heute. Weitere Sendungen von GIGO2GO wird es geben. Wann genau, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, wir sehen und hören uns wieder. Macht's gut. Bis demnächst. Euer Axel. Tschüss.